Das war ein Befehl! Der Aldrich Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinem Befehl zu widersetzen? So weit ist es dazu gekommen. Das Militär hat mich belogen. Jeden hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nicht das Einhaufen. Niederkräftiger Treuweizer Feiglinger. All I wanted was just one minute alone in this whole stupid mansion. Nicht als Feiglinger, Verrater, Versager! I wouldn't, he's been acting like mega weird all m- Die Generalität ist ein Geschmars des deutschen Volkes. Sie ist ohne Lehrer! Sie nennen mich general, weil Sie Jahren der Militärkarmy zugemacht haben, nur um zu lernen, wie man Mess und Gabel hält. Jahren hat das Militär meine Aktionen nur verhindert. Es hat mir jeder nur irgendwelche Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut dran getan. Vor Jahren aller freien Offiziere wieder zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch alles allein allein auf mich gestellt. Ganz Europa, Europa. Verbreitung! Verbreitung! Von allem an fangen mich an verraten und betrogen werden! Es wurde ein ungeheuer Verbreitung an deutschen Volken! Aber alle diese Verbreitung werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden auch saufen an ihrem eigenen Blut! ?!